Active Directory mit Windows Server 2025, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir unseren Domain-Controller noch etwas erweitern. Und zwar brauche ich in meiner Infrastruktur einen DHCP-Dienst. Ich habe schon in einer der letzten Folgen erklärt, warum ich jetzt den DHCP-Dienst auf dem Domain-Controller installiere und dass ich das normalerweise versuche zu verhindern, dass ich dazu eine separate Maschine verwenden würde. Das habe ich schon alles erklärt. Darum geht es direkt los mit der Installation vom DHCP-Dienst und mit der entsprechenden Konfiguration. Ich befinde mich auf dem System DC01, das ist der Domain-Controller. Und jetzt navigieren wir zu Verwalten, wählen Aus, Rollen und Features hinzufügen. Dann möchte ich diese Seite nicht mehr angezeigt bekommen. Es geht weiter. Es ist eine Rollen- oder Feature-basierte Installation. Der Ziel-Server ist markiert. Es geht weiter. Und jetzt wählen wir hier aus DHCP-Server. Dann sollen die weiteren Features hinzugefügt werden. Das ist in Ordnung. Es geht weiter. Zusätzliche Features brauchen wir nicht. Einmal mehr weiter. Dann eine kleine Übersicht. Weiter. Ich gehe nochmals zurück, damit wir sehen, was noch empfohlen ist. Beispielsweise eine statische IP-Adresse. Planen Sie vor der Installation des DHCP-Servers zunächst die erforderlichen Subnetze. Ganz klar, das muss natürlich vorgängig schon geplant sein. Es geht weiter. Ziel-Server bei Bedarf automatisch neu starten ist nicht notwendig. Wir wählen Aus, installieren. Die Installation dauert nicht allzu lange und dann geht es direkt an die Konfiguration. Wir richten dann einen DHCP-Bereich ein. Ich warte nun, bis die Installation abgeschlossen ist und dann geht es gleich gemeinsam weiter. Die Installation ist abgeschlossen und wir erhalten hier direkt einen Link, um die DHCP-Konfiguration abzuschliessen. Haben Sie den Assistenten bereits geschlossen, keine Panik. Dann navigieren Sie zu den Benachrichtigungen und hier ist genau der gleiche Link. Wir müssen ein Commit durchführen. Und zwar werden bei diesem Commit diese Sicherheitsgruppen angelegt. Wir klicken auf Weiter. Dann kann ich mit diesen Anmeldeinformationen arbeiten. Das passt. Und dann werden wir Aus, Commit ausführen. Das ist wichtig, dieses Commit, damit der DHCP-Server dann seinen Dienst auch ausführen kann. Wir klicken auf Schliessen. Jetzt navigieren wir zu Tools. Wählen DHCP aus. Dann werde ich den Server Manager minimieren und die DHCP-Konsole öffnen, damit Sie das besser sehen können. Jetzt haben wir die beiden Protokolle. IPv6 und IPv4. Und jetzt Rechtsklick und nun wählen Sie aus Neuer Bereich. Es startet der Assistent. Wir geben einen Namen an. IP-Adressen für meine Infrastruktur beispielsweise. Und dann noch eine Beschreibung können Sie hinzufügen. Aber ich lasse das mal so. Dann geht es weiter. Den Startbereich. Da verwende ich 192, 168. Und dann drei Punkte. Und jetzt muss ich in meinen Notizen nachschauen, was ich da definiert habe. Ich glaube, es war von 200 bis 229. Ja, genau. Also geben wir hier an 200 und dann 192, 168, 3.229. Sie können auch einen Bereich definieren von 0 bis beispielsweise 254. Dann müssten Sie dann allerdings hier bei den Ausschlüssen jene IP-Adressen angeben, die Sie nicht verteilt haben wollen. Also wenn Sie zum Beispiel wie ich dem Domain-Controller eine fixe IP-Adresse zuweisen und Sie den kompletten Bereich für die Verteilung zur Verfügung stellen, dann müssen Sie jene IP-Adressen hier ausschliessen. Also, ich kehre nochmals zurück. Ich verwende als Bereich 200 bis 229, also 30 Adressen. Ja, das ist jetzt klein, aber für diese Testumgebung ausreichend. Darum werde ich hier keine Ausschlüsse definieren. Wenn Sie den kompletten Bereich angeben, dann müssen Sie jene Adressen ausschliessen, die Sie bereits schon fix konfiguriert haben oder fix zugewiesen haben. Das ist jetzt bei mir nicht notwendig, darum belasse ich es so wie es ist. Die Subnetzmaske ist ebenfalls in Ordnung, es geht weiter. Ausschlüsse brauche ich nicht, es geht weiter. Dann die Lease-Dauer, 8 Tage. In einem, sage ich jetzt mal, statischen Umfeld wie in meiner Infrastruktur sind 8 Tage in Ordnung. Das heisst, nach 4 Tagen überprüft der Client mittels eines Requests, ob er seine IP-Adresse noch behalten darf. Dann, wenn der DHCP-Server vorhanden ist, wenn er online ist, wird er zurückmelden, ja, ja, du kannst deine IP-Adresse behalten. In einem statischen Umfeld 8 Tage absolut in Ordnung. Wenn Sie jetzt beispielsweise einmal einen DHCP-Bereich einrichten für ein Sitzungszimmer, wo viele Systeme kommen und gehen, dann sollten Sie den DHCP-Lease herunterschrauben, vielleicht auf 1-2 Stunden. Weil, wenn die Lease-Dauer zu lang ist, kann es sein, dass plötzlich der Bereich ausgeschöpft ist. Weil eben zu viele Systeme kommen und gehen, zu viele IP-Adressen verwendet werden. Also, Sie müssen hier bei der Lease-Dauer auf die Infrastruktur Rücksicht nehmen. Es geht weiter. Ich möchte weitere DHCP-Optionen konfigurieren. Darum belasse ich es bei Ja. Weil, ich möchte beispielsweise den Standard-Gate meinen Systemen mitgeben. Das ist 192.168.3.2. Wir klicken auf «Hinzufügen». Und ich möchte auch die übergeordnete Domäne mitgeben und den DNS-Server. Die Domäne heisst 0.pri. Und der Domain-Controller ist diese IP-Adresse hier. Es geht weiter. Dann WINS ist die alte Namensauflösung mit NetBIOS-Namen. Das ist eine flache Namensauflösung. Ich habe keinen WINS-Server. Darum belasse ich es so, wie es ist. Es geht weiter. Ich möchte den Bereich aktivieren, weiter und fertigstellen. Und jetzt haben wir einen DHCP-Bereich eingerichtet. Wir sehen unter anderem Server-Optionen. Diese Server-Optionen würden für alle Bereiche gelten. Es gibt aber Bereichs-Optionen, die wir eben angegeben haben. Die gelten nur für diesen Bereich, den wir jetzt konfiguriert haben. Also Standard-Gateway, DNS-Server und den DNS-Domänen-Namen. Es gibt noch keine Reservierungen. Ich habe keine Reservierungen eingerichtet. Es gibt auch keine Adress-Leases, weil ich noch kein zusätzliches System in meine Infrastruktur eingebunden habe. Und der Adress-Pool steht zur Verfügung von Punkt 200 bis und mit 229. Also die erste Maschine, die dann einen sogenannten DORA-Prozess macht. DHCP funktioniert im Hintergrund mit DORA. DORA steht für Discover Offer Request Acknowledgement. Die erste Maschine, die dann eine IP-Adresse haben möchte, bekommt dann die Punkt 200 am Schluss. Jetzt haben wir gemeinsam den Domain-Controller erweitert, dass er auch gleichzeitig ein DHCP-Server ist. Das gehört nicht direkt, ich sage jetzt mal bewusst, zu einem Active Directory. Nichtsdestotrotz, ich wollte Ihnen auch diesen Schritt nicht vorenthalten. Nichtsdestotrotz, ich wollte Ihnen auch diesen Schritt nicht vorenthalten.